Der EVZog hat gesagt, Zug ist die Playoff-City. Und wir wollten wissen, ob auch das so draufsteht, ob es wirklich in der Stadt drinnen ist. Böse Zungenpoltonale hat, dass das Zug sehr viele Briefkasten, Firmen hat. Aber wenn man etwas umschaut, hat es tatsächlich auch heissblütige EVZ-Fans wie beispielsweise diesen Balkon oben beweist. Ein EVZ-Ursterhas. In der Backstube auch das Playoff-Fieber ausgebrochen? Unbedingt. Schon lange. Eigentlich jedes Jahr. Das Mal ist es einfach noch etwas heftiger, denn das Mal werden wir Meister. Wir haben die Playoff-Seite jetzt auch ein wenig gesehen. Man hat schon gemerkt, es ist da viel Herzblut der Hindlererstadt für den EVZ. Und insbesondere hier, mit Auswärtsspielen, im Public-Wing, aber natürlich auch bei den Heimspielen, der Bossart-Arena. Da wird es so richtig rocken und darum ist eben Zug durch aus Playoff-City würdig. Also wir haben das Ganze angeschaut und jetzt gönnen wir noch den Schocki-Osterhas vom EVZ, hätte ich gesagt.